In Minecraft ist er der nette Junge von nebenan, der kleine süße Kürbiskopf. Doch im GTA, in Los Santos, ist er Aslak-Betism, ein weißer True-Gangster. Schon damals wollte er ein Aslak sein, aber seine Mama sagte immer, lass das weinen. Es zu gefährlich wäre, denn jeden Tag sterben Aslaks, verdammt man, siehst du das. Doch er wollte es so sehr und heute steht Aslak P. Dizel hier mit dem Gewehr. Er wollte das schon immer, das war sein größter Traum, von nem Kinderzimmer Lego-Männchen totgehauen. Illegale Rennen auf dem City-Roller und sein Sparschwein wurde jedes Mal ein bisschen voller. Doch irgendwann fiel das auf, was er macht, also schuf er sich ein Image und ging raus nur bei Nacht. Er war der nette Minecraft-Spieler von nebenan, der perfekte Schwiegersohn schon sein Leben lang. Und niemand hielt es vor möglich, dass er im Underground mit Rennen viel Vermögen erfährt. Und dass er Leute einfach drive-by-shootet und öfters wäre er schon halb verblutet. Doch so ist das Life in der Hood, bist du nicht stark genug, mach das Life dich kaputt. Denn so ist das Life in der Hood, bist du nicht stark genug, mach das Life dich kaputt. Schon damals wollte er ein Aslak sein, aber seine Mama sagte immer, lass das weinen. Es zu gefährlich wäre, denn jeden Tag sterben Aslaks, verdammt man siehst du das. Doch er wollte es so sehr. Und heute steht Aslak P. Dizzle hier mit dem Gewehr. Ja, ihn werden viele kennen, er fährt so viele Rennen, nur um jedes dann als erster zu beenden. Und er shootet, 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 sie bluten, bluten, bluten. Ihn aufzuhalten brauchen sie es gar nicht zu versuchen. Und der shootet, 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 sie bluten, bluten, bluten Ihn aufzuhalten, brauchen sie es gar nicht zu versuchen, ey So ein Arslag wie er, Mann, den gibt es nicht oft Nee, so ein Arslag wie er, ey, der wird nicht geboxt Denn so ein Arslag wie er, der shootet alle Töne Schon damals wollte er ein Arslag sein, aber seine Mama sagte immer, lass das, weil Es zu gefährlich wäre, denn jeden Tag sterben Arslags, verdammt, Mann, siehst du das Doch er wollte es so sehr Und heute steht Arslag P. Dizzle hier mit dem Gewehr Schon damals wollte er ein Arslag sein, aber seine Mama sagte immer, lass das, weil Es zu gefährlich wäre, denn jeden Tag sterben Arslags, verdammt, Mann, siehst du das Doch er wollte es so sehr Und heute steht Arslag P. Dizzle hier mit dem Gewehr So ein Arslag wie er, ey, den gibt es nicht oft Nein, so ein Arslag wie er, den gibt es nur einmal Auf dieser ganzen Welt Nur einmal P. Dizzle vor Rizzle Verschizzelt mir so P. Dizzle vor Rizzle Er ist im Ghetto aufgewachsen Und er macht echt keine Faxen Er ist im Ghetto aufgewachsen Ja, 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 ja Vielen Dank.